Hallo YouTube, hier ist Tyron wieder und wir versuchen gerade raus zu finden, wie wir diese Viecher hier oben bringen können. Können wir ploppen? Oh ja. Zu viele. Das wird nichts. Das lasse ich. Das lasse ich. Die müssen doch irgendwo herkommen. Wenn ich da oben stehe, sehe ich die Kiste. Aha. Man kann natürlich gucken, hier kann man damit dann rüber gucken. Das probieren wir doch mal aus. Nee, du kommst da gar nicht rüber. Okay. Muss ich mir also irgendwie nochmal später Gedanken machen, weil Hauptargument, jetzt dieses Let's Plays ist es nicht. Die Kisten einzusammeln und... irgendwas sag's mir. Was ist das? Was ist das? Some kind of dark spirit energy? I've got to stop it. Okay. Come wieder da. Okay. Schön wieder da. ok da kommen sie schon wieder wow das wird immer größer die geister sind wieder mal gereinigt das Leben haben wir auch gekriegt das ist super irgendwann sagt mir dass da irgendwann nochmal ein richtig großer Entwurf kommt nein weg da Korra so wow Mistkerle keine Ahnung das macht ja 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 Gehst du? Gehst du? Moment mal. Gehst du? Danke. Ach, jetzt kommt die alle raus, ok? Gut. 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 Oh, und nur der letzte. Gut. Feuer! Oh, und nur der letzte. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Oh, und's and that you're on board. 2! Achso. Einer ist ja zu langweilig. Gott, ich kann gar nichts sehen. Gott, ich kann gar nichts sehen. Gott, ich kann gar nichts sehen. Gott. Ja, komm. So los Oh scheiße Let's do it Let's do it Okay, ich hab nicht mehr viel Leben Das ist natürlich Stuchte Ich muss jetzt auf Glocken setzen Das ist zwar nicht so spektakulär Aber anders wird das glaube ich nicht mehr Ach komm, damit hab ich jetzt nicht gerechnet Das ist eigentlich ge einmalig Ah 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch die drei schon wieder Oh, schön! Oh Gott, das Kabel ist vorbei. Okay. Okay, Chapter 7, The Triumph of Time. Aber erstmal Schocken. Ich hätte ja gerne das hier, aber ich habe nicht genug Geld. Toll. Danke, Jero. Danke, Jero. Danke, Jero. Komm wieder. Ich komme zurück. Ich sollte meine neue Moodle checken. Ich muss die Anzeigen, bevor ich sie benutze. Lass uns sie holen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.